Das Herz ist das zentrale Organ unseres Körpers, denn er steuert fundamental wichtige Lebensfunktionen. Doch wussten Sie, dass das Herz selbst auch ein Resonanzkörper für die Gesamtvitalität ist? Neurotransmitter kommunizieren wichtige Informationen zahlreicher physiologischer und psychoemotionaler Regelkreise an das Herz. Das Leistungsvermögen und das Aktivitätsniveau dieser Regelkreise ist unmittelbar abhängig von der Steuerung und regulatorischen Effektivität des vegetativen Nervensystems mit dem kompensatorischen Wechselspiel seiner beiden Funktionszweige Sympathikus und Parasympathikus. Dieses Regulations- und Kompensationsvermögen spiegelt sich dabei in der sogenannten Herzratenvariabilität HRV wieder, einem Indikator für Belastbarkeit und Anpassungsfähigkeit des Körpers. Das EKG-basierte HRV-Analyseverfahren von NILAS-MV liefert in nur ca. 5 Minuten valide Daten über die HRV mit aussagekräftigen Informationen zum gegenwärtigen Vitalitäts-, Stress- und Regenerationsniveau. Im Unterschied zu einem Pulsmessverfahren, das ohne einen bestimmten Punktummaximum lediglich eine Pulswelle aufzeichnet, erfasst das Messmodul von NILAS-MV mit seiner hohen Abtastrate den tatsächlichen Peak der Herzschläge ohne Abweichung. Messtechnisch prüf- und belegbar. Dies gewährleistet die Ermittlung der echten Herzratenvariabilität. Die Software bietet Ihnen eine Bandbreite an funktionellen Parametern, die objektiv die Beanspruchungssituation des Organismus abbilden. Anhand von anschaulichen Auswertungsgrafiken werden die Ergebnisse nachvollziehbar abgebildet. Dieser ermöglicht Ihnen einen direkten Einstieg in die Arbeit mit NILAS-MV, sowie in der Praxis eine zeiteffiziente Auswertungsroutine. Gleichzeitig erleichtern die aussagekräftigen Übersichten auch dem Patienten, seine Gesamtsituation besser zu verstehen. Der HRV-Scan selbst erfolgt dabei praktikabel und diskret über zwei Klammerelektroden, ganz ohne Entkleiden. Diese anwenderfreundliche Messapplikation gestattet somit eine direkte Integration in die täglichen Abläufe und ist leicht delegierbar an Assistenzkräfte. Steigern Sie die Compliance Ihrer Patienten bei der Umsetzung Ihrer Therapiepläne, indem Sie Verbesserungen mithilfe der Software bereits dann sichtbar machen können, wenn Fortschritte subjektiv zunächst noch nicht spürbar sind. Ihr Plus dabei? Vergleichsmessungen ermöglichen Ihnen durch Gegenüberstellung der Daten gezielte Erfolgs- und Verlaufskontrollen therapeutischer Anwendungen. NILAS-MV ist dabei das ideale Instrument für regelmäßige Vitalitäts- und Gesundheitscheckups mit Effizienz. Sie sparen kostbare Zeit und erhalten zudem einen attraktiven und rentablen Multiplikator für Ihr Praxis- bzw. Leistungsangebot. Für eine erfolgreiche Arbeit mit NILAS-MV bieten wir unseren Anwendern eine professionelle Einweisung sowie ein solides Schulungsportfolio. Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten können Sie in Präsenzform oder als Online-Variante wahrnehmen. In Kombination mit einer attraktiven Preisgestaltung und flexiblen Finanzierungsoptionen ist NILAS-MV auch unschlagbar in Sachen Preis-Leistung und Amortisierung.